Von dort sind es dann nur noch wenige Minuten, die sie für einen Rückmarsch zum Ausgangspunkt ihrer Wanderung, der Bergstation der Zwölferhorn Seilbahn, benötigen. Auch 2017 macht das European Street Food Festival mit seinen Food Trucks wieder Halt in Salzburg. Am 19. und 20. August werden im Volksgarten zahlreiche Köstlichkeiten aus aller Welt aufgetischt. Ob Burger, Sushi gegrilltes oder vegan, alles wird direkt vor Ort frisch zubereitet. Schlendern Sie von Stand zu Stand und lassen Sie sich kulinarisch verführen. Da so gibt es edle Weine, viele Biersorten und Cocktails. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter www.streetfood-festival.eu Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist für jeden fünften Arbeitsplatz in Österreich verantwortlich. Durch zu viel Bürokratie und gesetzliche Einschränkungen wird den Hoteliers das Leben auch oft schwer gemacht. Die Probleme und Forderungen der Branche sind das Hauptthema der Veranstaltung der Mittelstandsallianz auf der Burg Golling. Ein wichtiger Wirtschaftszweig steht unter Druck. So das Motto der hochkarätig besetzten Diskussionsrunde auf der Burg Golling. Die Hotellerie und der Tourismus spielen in Österreichs Wirtschaft eine bedeutende Rolle. Trotzdem hat diese Branche viel Gegenwind. Dabei werden über 80 Prozent aller Investitionen der Hotellerie in einem Umkreis von 90 Kilometern getätigt. Wir haben hier nicht nur den Fliesenleger und das Sportgeschäft, wir haben auch den Bäcker, aber wir haben auch den Bauern, wir haben auch die Regionalität. Wir haben ganz viele Familien, die deswegen in den Regionen bleiben können, weil es dort jede Menge Jobs gibt, die vor der Hotellerie ermöglicht werden. Und deswegen bin ich es leid, dass wir immer einen Prügel nach dem anderen zwischen die Beine geworfen bekommen. Ich glaube, die Politik muss endlich lernen, dass sie nicht reagiert dort, wo eine Baustelle ist, sondern dass sie die Kuh, die den Karren zieht, endlich einmal füttert und nicht die Kühe, die halbtot hinten dran hängen. Und die Kuh, die den Karren zieht, im ländlichen Raum ist definitiv der Tourismus. Durch Arbeitszeitregulierung oder steigende Kosten für Löhne und Gehälter stehen die Arbeitgeber immer mehr unter Druck. In der Diskussion spricht man sich auch für einen Bürokratieabbau aus. Immer wieder fällt das Thema der Lohnnebenkosten. Lohnnebenkosten ist für mich ein ganz starkes Thema bei 800 Mitarbeitern. Und wenn man bedenkt, du kannst ja fast nicht mehr überleben, wenn du den 13. und den 14. dann anschaust vom Zahlen her. Es ist, wenn wir Urlaubsgeld bezahlen, dann ist es nicht die eine Sache. Aber dann kommt der 15. mit den Lohnnebenkosten und so weiter und dann ist es wirklich katastrophal. Für die Förderung des Unternehmertums steht auch Sepp Schellhorn. Als Hotelier und Abgeordneter zum Nationalrat der NEOS nimmt er Teil an der Diskussionsrunde. Wir haben immer wieder Konzepte eingebracht. Bedenken wir nur an die Arbeitszeitverläsentisierung, an die Kammerreform, an die Gewerbereform. Dass es den Menschen mehr Freiheit gibt und das Unternehmertum gefördert wird. Die Hotel- und Tourismuswirtschaft ist eine der wichtigsten Säulen des österreichischen Mittelstandes. Und der Mittelstand sollte sich viel mehr auf die Beine stellen. Laut Hans Harrer ist er für die Politik nur in der Vorwahlzeit von Bedeutung. Der Mittelstand kommt mir manchmal so vor, er ist ein wunderbares Produkt, ein sogenanntes Stimmvieh zu sein. Da geht man dann auf den Mittelstand zu, da besucht man dann die Familienbetriebe, da besucht man auch KMU-Betriebe und so weiter. Und wenn die Wahl geschlagen ist, tritt man wieder auf den Mittelstand mit allen Mechanismen ein. Und die Mittelstandsallianz hat die Funktion, vielleicht mehr sogar eine Selbsthilfeplattform, der Mittelstandsunternehmer, der KMU-Unternehmer, der Familienunternehmer zu sein, wo wir Unternehmer uns mit unserem eigenen Wissen und mit den eigenen Erfahrungen weiterhelfen. Aber vielmehr noch geht es uns auch darum, Politik zu machen. Also nicht Klassenkampf, sondern die Themen, die den Mittelstand bewegen, unterstützt durch möglichst viele Mitglieder dieser Mittelstandsallianz an die Politik zu tragen, um da gehört zu werden. Eine eigene Unternehmerpartei zu gründen, liegt noch in ferner Zukunft, wäre aber durchaus vorstellbar, wie uns Johannes Lienhardt mitteilt. Vorerst aber hat die Mittelstandsallianz die Möglichkeit, durch eine starke Medienarbeit, gemeinsame und gezielte Überzeugungsarbeit bei bürokratischen und politischen Entscheidungsträgern zu leisten oder sie dient zur Kontrolle der politischen Organe. Wir wollen vor dem 15. Oktober ganz konkrete Fragen an die wahlwerbenden Gruppen richten und hier Antworten ersuchen und dann nach dem 15. Oktober überprüfen, was in den Vorschlägen, die da kommen, Regierungsbildung und Ähnliches, hier wirklich vorhanden ist und das abmahnen und weiter kontrollieren. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, aber das ist Demokratie. Mit Hilfe der Mittelstandsallianz will man mittelständische Betriebe unterstützen und somit die heimische Wirtschaft stärken. Letztendlich sind es Hotel- und Gastronomiebetriebe, die Arbeitsplätze schaffen und die Wirtschaft auch in Krisenzeiten am Laufen halten. Wenn im Winter die Kälte durch die Mauern kriecht, ist man froh, wenn eine funktionierende Heizung für behagliche Wärme sorgt und der Vorrat an Heizöl und Holz groß ist. Die Firma Mackner in Wals hat uns einen Einblick gewährt, wie man bereits jetzt in der warmen Jahreszeit vorsorgen kann. Die Ölheizung ist nach wie vor Thema bei der Wohnraumerwärmung. Mittlerweile hat sich die Technologie dahingehend entwickelt, dass moderne Heizsysteme bzw. Kombinationsmöglichkeiten mit Solarenergie eine effiziente und kostengünstige Variante des Heizens ergeben. Ja, es gibt natürlich die Brennwerttechnik, da wird die Restwärme nochmal genutzt. Es ist viel sauberer, das ganze Heizsystem. Und es gibt da natürlich Förderungen mittlerweile. Es gibt Hybridsysteme, sprich es wird zusätzlich auch Photovoltaik mit einer neuen Brennwertkesselanlage gefördert. Das sind sehr gute Förderungen von der Privatwirtschaft zur Verfügung gestellt und die sollte man auch nutzen. Sowohl die Lagerung als auch die Anlieferung von Heizöl unterliegt strengen gesetzlichen Vorgaben. Eine sorgsame Abwicklung des Tankvorganges ist daher unerlässlich, auch wenn es einmal schnell gehen muss. Wir brauchen sie in erster Linie für die Firma, eben zum Lackieren, weil wir eben Einbrennlackierungen machen. Und da brauchen wir natürlich tagtäglich, sind wir da aufs Öl angewiesen. Und somit ist das für uns eigentlich gar nicht zeitlich oder preislich aus der Situation, außer das Entscheidende, sondern immer diese Schnelligkeit und Zuverlässigkeit. Seit den 50er Jahren wird vom Walser Unternehmen dafür gesorgt, dass es die Menschen im Winter warm haben. Es entwickelte sich sogar ein zweites Standbein, und zwar die Abfallentsorgung. Mein Vater hat immer wieder Ideen gehabt, was könnte er aus zweites Standbein oder drittes Standbein erweitern. Und plötzlich ist eine Idee gekommen, die Müllabfuhr von der Gemeinde Wald-Sitzenheim zu machen. Und 1983 ist es dann so weit gekommen, dass wir dann mit der Müllabfuhr auch noch angefangen haben. Also wir sind Frechter für die Gemeinden, sprich wir fahren den Restmüll, Biomüll, Kunststoffverpackungen, Metallverpackungen, also das Ganze, die ganzen verschiedenen Fraktionen und Kartonagen, Papier auch. Das Brennholz der Firma Magna kommt aus heimischen Wäldern, ofenfertig und zwei Jahre getrocknet. Bei uns kriegen wir halt noch die Premium-Sachen, wo die Qualität stimmt. Es ist trocken, man kann sofort einheizen. Pellets, aber auch noch die regionalen Produkte und qualitativ hochwertigen. Ja, was haben wir noch? Holzbricks und Anzündholz quer durch. Also die ganze Holzpalette haben wir mehr oder weniger mit im Programm. Aus dem Ein-Mann-Betrieb von damals wurde ein Unternehmen mit zehn Mitarbeitern, die das ganze Jahr unterwegs sind, um zu fair und entsorgen. Die Leute, die legen sehr viel Wert drauf, dass sauber gearbeitet wird, dass eben zuverlässig gearbeitet wird. Und da kriegen wir halt, glaube ich, schon punkten, auch wenn am Wochenende mal der Tank leer ist. Also da fahre ich selber am 24. Dezember, alles passiert. Wir sind, denke ich, beständig klein, nicht zu groß gestochen, versuchen immer Preis-Leistung, dass das stimmt. Das ist halt meines Erachtens unser Vorteil. Salzburg ist ein Paradies für Wanderer. 172 bewirtschaftete Hütten tragen das Siegel zertifizierte Almsommerhütte. Zehn von ihnen wurden von einer Jury als besonders authentisch empfunden. Nun dürfen die Wandererinnen und Wanderer aus diesen die schönste Hütte in Salzburg wählen. Wir stellen Ihnen alle zehn Hütten vor. Heute beginnen wir mit der Untereckschlag-Hütte in Feistenau. Ja, Natur, Ruhe und Genuss, das ist das Herrliche beim Wandern und vor allem hier in der Bergwelt. Aber was wäre die Bergwelt ohne eine Einkehr auf einer zünftigen Hütte? Und da sind wir heute auf der Untereckschlag-Hütte im Salzkammergut bei Margarete und Jakob. Und die zeigen uns jetzt, was ihre Hütte Besonderes zu bieten hat. Margarete und Jakob Klaushofer betreiben seit vier Jahren die Untereckschlag-Hütte in der Gemeinde Feistenau. Jeden Tag, vom Frühjahr bis zum Herbst, bewirten die beiden Wanderer und Besucher. In den vergangenen 30 Jahren war die Hütte geschlossen. Das Paar hatte schulpflichtige Kinder. Eine Bewirtschaftung der Hütte war da nicht mehr möglich. Nun sind die beiden fast rund um die Uhr auf der Anzenberg-Alm. Immer an ihrer Seite der fünfjährige Hund Charlie. Jakob, wir befinden uns ja hier in einem wunderschönen Almgebiet. Auf welcher Seehöhe sind wir denn hier überhaupt? Wir liegen auf ca. 1200 Meter Seehöhe und geht auf bis 1300. Und mit einem fantastischen Ausblick, man sieht ja da weit. Mit einem fantastischen Ausblick, wenn es schön Wetter ist, da sieht man bis München. Jetzt ist ja eure Hütte recht gut erreichbar, sowohl zu Fuß als auch mit einem Mountainbike. Was ist denn das Besondere auf eurer Hütte? Warum kommen denn die Leute hier gern her? Ja, weil sie eine Ruhe wollen. Und mit einem Mountainbike können sie auf den Vorstraßen fahren. Und über die Skibisten kann man auch verwandern. Und die zweite Route war über Geißau-Spielberg-Alm da her. Aber den Vorstraßen kann man auch wandern. Ihr seid ja auch eine Kinder-Alm und bietet ja für die ganze Familie was Besonderes. Was gibt es denn hier? Ja, heuer ist das Jahr des Wassers. Und da können die Kinder beim Brunntrag spielen. Und unten fährt der Hütte in der Bacherl vorbei. Da können sie einen Staud anbauen oder irgendeine andere Spiele machen. Und als Drittes haben wir noch einen Sandkasten zu spielen. Und auf die ist ja noch im Almsommer was gut eingefallen. So ein Bücherl, da für die Kinder, das ist ganz was Supers. Da können sie malen und anschauen und von den verschiedenen Hütten einen Stempel halten. Und das sind sie ganz gut begeistert. Die kleinen Heftchen gibt es kostenlos auf jeder Hütte des Salzburger Almsommer. Ab vier Stempeln erhalten die Kinder eine Überraschung. Wer zur schönsten Hütte gewählt wird, entscheiden die Wanderer per Stimmzettel. Traditionell auf der Anzenberg-Alm ist jedes Jahr die Bergmesse an Maria Himmelfahrt am 15. August. Nach dem Wortgottesdienst sind alle Messebesucher noch zu einem musikalischen Frühschoppen auf der Unter-Eckschlag-Hütte eingeladen. Für die Verpflegung der Gäste sorgt Margarete. Ja, ich hätte gerne ein Brädeljausen, bitte. In ihrer kleinen Küche bereitet sie typische Hüttenschmankerl wie Schnittlauchbrot oder Brädeljausen zu. Auf der Brädeljausen ist Käse, Wurst, Paprika, Tomate, Butter, Krähen und Gurkerl. Für das leibliche Wohl ist auf der Unter-Eckschlag-Hütte auf jeden Fall gesorgt. Ja, hervorragend. Das schaut ja sehr gut aus. Eine besondere Spezialität von Margarete und Jakob sind die selbstgemachten Liköre und Schnäpse zum Probieren und zum mit nach Hause nehmen. Ja, zum Abschluss nehmen wir natürlich noch gerne eine Schnapsel oder ein Likör von euch mit. Was kannst du mir denn da empfehlen? Ja, wir haben acht verschiedene Likörsorten, zwei Schnäpse und einen Nuss-Schnaps und da kannst du was mitnehmen von da. Dann nehmen wir die mir bitte gerne ein Hohlerblütenlikör mit. Ja, dann haben wir da. Danke und komm gut runter. Bis zum 15. September können alle Wanderer über die schönste Hütte im Salzburger Land abstimmen. Stimmzettel gibt es auf jeder Salzburger Almsommerhütte. Das war's vom Salzburg-Magazin. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Wieland Treppen. Unsere Arbeit spricht für sich. Seit mehr als 75 Jahren. Unsere diesjährigen Salzburger Sommergespräche haben wir in die Bergwelt verlegt. Einfach deshalb, weil wir den Sommer auch während der Arbeit mit ein bisschen Bergerlebnis kombinieren wollen. Mit Landesrat Hans Mayer ging es auf die Meiselsteinalm nach Goldeck, mit Landeshauptmann Wilfried Haslauer auf die Zistelalm am Geisberg. Heute bin ich wieder auf einer Alm und dennoch mitten im Herzen der Salzburger Altstadt. Herzlich willkommen auf der Stadtalm zum Sommergespräch mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Rössler. Frau Dr. Rössler, grüß Gott. Grüß Gott, danke für die Einladung. Wir sind hier auf der Stadtalm am Mönchsberg, genießen hier eine wunderbare Aussicht über die Salzburger Altstadt, sind gleichzeitig mitten in der Natur. Was macht diesen Platz so besonders für Sie? Die Schönheit der Stadt macht sicher aus, diese Verzahnung von Stadtbergen, grünen Landschaften, sehr angenehm, nahe, zur Erholung, aber auch so ein bisschen hineinschnuppern in Sommerstimmung, Besucher, Besucherinnen, die man hier trifft. Diese Verzahnung von Stadt und Natur, können Sie das auch im Arbeitsalltag ein bisschen nutzen, um sozusagen einmal irgendwo für zwei Stunden kurz zu entspannen oder auch einmal in Ruhe über etwas nachdenken zu können? Dazu bleibt ehrlich gesagt nicht wirklich viel Zeit. Für mich ist es so, der Weg ins Büro und der Weg nach Hause, entlang der Clan, durch diese Moosflächen in Leopoldskron, das ist so mein Übergang, wo ich ganz bewusst auch die schöne Stadtlandschaft genießen kann. Ich bin mir jeden Tag bewusst, in welcher tollen Stadt wir leben. Weil wir hier schon auf dem Mönchsberg sind, im Mönchsberg drinnen, ist die Mönchsberg-Garage ein großes Streitthema zwischen Stadt und Land. Als Beobachter hat man das Gefühl, dass die politische Brücke zwischen Chiemseehof oder von mir aus jetzt Rathaus als Ausweichquartier und dem Schloss Mirabell der Stadtregierung nicht so richtig trägt. Woran liegt das? Ich glaube, zum einen liegt es schon daran, dass mein Verständnis ist als Aufsichtsbehörde des Landes, sehr wohl die autonome Entscheidung der Stadt ja auch zu respektieren. Die Grundlagen, das räumliche Entwicklungskonzept, auch die Flächenwidmungsentscheidung. Bei der Verkehrspolitik, die mich ja nicht vom Ressort betrifft, aber bei der Verkehrspolitik gibt es natürlich die Verzahnung von Stadt und Umland. Dort erleben wir als Betroffene, dass die Stadt an ihren Leistungsgrenzen, was Verkehrskapazität und Staus betrifft, angelangt ist. Und da geht es jetzt darum, wie man auch gemeinsam nach Lösungen sucht, zu sagen, wie sollte denn die Verkehrspolitik künftig aussehen, wie beurteilen wir auch auf Widmungsebene die Verkehrsauswirkungen. Und da war dann sozusagen auch meine Betroffenheit als Aufsichtsbehörde im Flächenwidmungsverfahren, wo ich Widersprüche zu den Planungsgrundlagen der Stadt gesehen habe. Und da sozusagen, da stehen wir jetzt. Das ist auch der Stand, dass ja das Widmungsverfahren zwar genehmigt ist, aber noch eine Revision läuft. Und gleichzeitig doch auch die Diskussion, wie schaut denn eine menschengerechte Mobilität in der Stadt aus für alle Betroffenen, dass Bewohnerinnen gut in die Stadt kommen können, Parkmöglichkeiten haben, auch der Wirtschaftsverkehr nicht behindert sein sollte. Aber dass wir schon uns überlegen müssen, der Tagesverkehr, die Kurzzeitbesucher, dass nicht jeder in die Stadt jederzeit fahren kann, weil einfach die Kapazitäten das nicht mehr schaffen. Das Landesverwaltungsgericht hat den negativen Bescheid aus ihrem Ressort aufgehoben. Jetzt geht es weiter. Sagt das auch etwas aus über die Qualität der Entscheidung? Es geht um eine grundsätzliche Entscheidung, wie das Raumordnungsgesetz zu interpretieren ist. Nach meinem Verständnis muss die Aufsichtsbehörde sehr wohl auch die Planungsgrundlagen der Stadt anschauen dürfen. Das hat das Landesverwaltungsgericht anders beurteilt, hat aber trotzdem auch einige inhaltliche Aussagen getroffen. Also auch das Landesverwaltungsgericht war sich in dem Punkt nicht ganz sicher, wie das Raumordnungsgesetz zu interpretieren ist. Und deshalb ist es aus inhaltlichen Gründen, aber auch für die Anwendung unseres Raumordnungsgesetzes einfach ganz wichtig, dass wir die oberstgerichtliche Entscheidung einholen und damit auch Rechtssicherheit schaffen. Kritische Beobachter meinen ja, Sie sind gegen alles, was auf vier Rädern fährt, also gegen jedes Auto. Ist das wirklich so? Weil wenn man auf Facebook Sie ein bisschen verfolgt, hat man auch sehen können, dass Sie zuletzt ein Elektroauto getestet haben. Also wie ist Ihr persönliches Verhältnis zum Thema Auto? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ein grünes Klischee, dass man mir da auch gerne ein wenig dazu dichtet. In Wahrheit sehe ich das sehr differenziert und sehr stark auch fokussiert auf den Zweck von verschiedenen Fahrten. Jedes Fahrzeug und jede Form von Mobilität hat ihre Berechtigung. Und das, wo wir natürlich gemeinsam nach einer Lösung suchen müssen, ist, wo wird es durch Lärm und Stau und Luftqualität zum Problem. Und dort bin ich auch als Umweltreferentin gefordert. Dort bemühe ich mich auch um bessere Lösungen. Letztes Jahr ist eine Million Euro aus dem Umweltressort in die Förderung von Elektromobilität gegangen. Davon haben viele Betriebe und auch viele Private gerne Gebrauch gemacht. Salzburg ist an zweiter Stelle, was die Neuzulassungen der Elektromobilität sind. Erstaunlich auch in den Bezirken. Also es ist nicht ein Startthema, auf E-Fahrzeuge umzusteigen, sondern sehr wohl auch in der Region. Ich kenne eine ganze Reihe von Menschen und auch Firmen, die sagen, wir haben unsere Photovoltaikanlage, wir möchten gerne, dass wir damit unser E-Fahrzeug laden. Das ist ein modernes Verständnis von Mobilität. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es gibt kurze Wege von zwei Kilometern. Da kann man auch ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden und sagen, ja, da nehme ich den Bus oder ich fahre halt auch mit dem Fahrrad. Oft ist es natürlich auch eine Zeitfrage. Als Spitzenpolitikerin können Sie natürlich jetzt nicht so, sagen wir mal, dahin bummeln auf dem Weg zur Arbeit oder von einem Termin zum anderen. Wie machen Sie das? Bei welcher Gelegenheit sagen Sie selbst, nein, Sie müssen mit dem Auto fahren, auch wenn Sie sich lieber anders fortbewegen würden? Also die Fahrten in den Oberpinzgau sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr zeitaufwendig. Also wenn ich bis Zell am See fahre und dann umsteige und mit der Pinzgauer Lokalbahn dann bis Mittelsill oder bis Grimmel fahre, das habe ich schon gemacht, das mache ich am Wochenende. Wenn ich sage, den Tag verwende ich dafür, im Zug treffe ich Leute, mit denen ich ins Gespräch komme. Ich habe auch ein Bild dann, wie oft gehen die Züge am Wochenende, wie bequem sind die Umsteigezeiten. Es ist mir wichtig, selber auch die Erfahrung zu haben, alles, was mit der S-Bahn geht, geht auch mal während der Woche. Also Fahrten in Richtung Oberndorf-Lambrichtshausen mit der S-Bahn kombiniert, dass ich zum Teil auch das Fahrrad mitnehme und sage, ich kann das Fahrrad so bequem in der S-Bahn, in der Lokalbahn mitnehmen und bin dann flexibel oder habe das Fahrrad auch am Bahnhof stehen. Also die Mischung macht es aus und mit etwas Bemühen lassen sich mehr Termine auch mit öffentlichen Terminen kombinieren, als man vielleicht glaubt. Das Verkehrsressort ist nicht Ihr Ressort, das ist das von Ihrem Kollegen Landesrat Hans Mayer. Aber trotzdem haben Sie die Frage, vielleicht auch weil Sie die praktische Erfahrung haben, wo sehen Sie die größten schwarzen Flecken im öffentlichen Verkehr im Bundesland? Also wir brauchen sicher in bestimmten Bereichen Taktverdichtung. Das Tarifsystem zwischen Kernzone und Umland ist derzeit noch etwas teuer. Also mein Wunsch wäre auch ein landesweites günstigeres Ticket oder Bezirksticket. Daran arbeitet Landesrat Mayer, das finde ich einen wichtigen ersten Schritt. Wir werden trotzdem noch mehr Geld brauchen für den öffentlichen Verkehr. Trotzdem, das Angebot verbessern ist wichtiger, wenn man auch fragt, das Angebot muss passen und dann das Umsteigen zu ermöglichen. Alles, was schienengebunden ist, ist gut. Wir haben auch neue Trassen reserviert in unserem Entwurf für Sachprogramm Verkehrsinfrastruktur freizuhalten. Wir müssen jetzt daran arbeiten, diese Trassen zu schützen und freizuhalten, damit wir auch gerade in den Flachgau, in die dichter besiedelten Bereiche auch den Ausbau in Angriff nehmen können. Es steht natürlich jetzt auch überhaupt nicht zur Debatte, wer in einer neuen Regierung das Verkehrsressort vielleicht oder vielleicht auch nicht übernehmen wird. Aber trotzdem nachdenken darf man über alles. Wäre es für sie vorstellbar, einfach auch aufgrund ihrer großen Erfahrung mit dem öffentlichen Verkehr, sich dieses sehr, sehr schwierigen Ressorts anzunehmen. Also die Raumplanung und das Verkehrsressort würden schon sehr gut zusammenpassen. Also das Interesse für das Thema ist groß. Bleibt natürlich abzuwarten, ob das auch von der Salzburger Bevölkerung entsprechend bei der Wahl auch belohnt wird, zu sagen, nein, wir sehen, dass eine grüne Regierungsbeteiligung gute Arbeit leistet und große Fortschritte auch in wichtigen Bereichen des Landes gebracht hat. Zum Thema Landtagswahl kommen wir dann noch. Wir haben vorher noch zwei andere Wahlen zu schlagen, eine Nationalratswahl und eine Bürgermeisterwahl in der Salzburger Landeshauptstadt. Neben anderen Parteien und anderen Kandidaten wird Bernhard Auinger sich um das Amt des Bürgermeisters bewerben, als möglicher Nachfolger von Heinz Schaden. Im Bezirksbete-Videointerview hat Bernhard Auinger wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint gesagt, er würde wahnsinnig gerne einmal eine Pizza für Sie zubereiten mit etwas besonders Scharfen darauf. Wie ist das bei Ihnen angekommen? Ich habe ihn im Zuge der Mönchsberg Garage zweimal auch persönlich getroffen. Wir hatten ein gutes Gespräch, trotz der schwierigen Materie. Der Termin ist schon vereinbart. Das heißt, es wird zum Pizzaessen kommen? Das wird das Pizzaessen definitiv stattfinden. Und er wird von mir auch ein paar scharfe Chili persönlich überreicht bekommen. Sind das, Entschuldigung, rote oder grüne Chili dann? Ja, ich habe festgestellt, alle grünen Chili werden am Schluss rot, wenn sie die volle Schärfe entwickeln. Mein großer Tabaluga, das ist ein großes Chili-Exemplar und auch die kleinen. Und dann gibt es noch Kirsch-Chili, also er bekommt ein paar schöne von mir, die bringe ich ihm mit. Wie wichtig ist es denn für Sie persönlich mit politischen Gegnern, Sie werden wahrscheinlich nur von Mitbewerbern sprechen, aber trotzdem, es sind dann auch mal Gegner, eben mit politischen Gegnern ins Gespräch zu kommen? Also es ist mir sehr wichtig, einen fairen Umgang zu behalten und den Menschen nicht aus den Augen zu verlieren. Egal, wie weit man auseinander ist mit den Fachmeinungen, auch welche Themen, hart zur Sache, weich zur Person. Also das habe ich im Landtag so gepflegt und das habe ich auch in schwierigen Gesprächen so gepflegt und meine Erfahrung damit war gut. Ich glaube, dass Salzburg auch insgesamt ein sehr gemessen im Vergleich ein gutes politisches Klima hat, wo der Mensch und auch so etwas Privatsphäre auch respektiert wird. Und das schätze ich sehr. Und wenn Sie politische Mitbewerber abseits der politischen Bühne wo treffen, wie begegnet man sich dann? Grundsätzlich freundlich. Es gibt unterschiedliche Berührungspunkte, es gibt auch unterschiedliche Nähe. Man kennt nicht jeden gleich gut, aber im Grunde ist es für mich immer ein Grund, auch auf den anderen zuzugehen und dass man sich begrüßt und ein paar Worte wechselt, je nachdem, wo man sich trifft. Die politische, berufliche Beziehung zwischen Ihnen und dem Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden war nicht so sehr von Höhen und Tiefen geprägt, sondern eher von Tiefen. Es hat doch ein paar Themen gegeben, in denen Sie sehr weit auseinandergestanden sind, auch bei den Untersuchungsausschüssen zum Thema Olympia, zum Thema Finanzskandal selbstverständlich. Wie haben Sie ihn in der Zusammenarbeit mit Ihnen erlebt? Das ist ein Kapitel, das mich auch immer wieder nachdenklich gemacht hat, weil ich doch auch immer wieder versucht habe, auf der sachlichen Ebene einen Zugang zu finden. Das war nicht so einfach. Wir haben doch auch im Aufsichtsrat der Salzburger AG, da haben wir beide einen Sitz. Ich hätte mir mehr Kontakt oder eine bessere Gesprächsbasis gewünscht. Die Umstände waren tatsächlich sehr schwierig und unglücklich und manches lässt sich auch nicht so lösen, wie man es gerne hätte. Wie geht es Ihnen beim Thema 380 KV-Leitung? Da wurde ja aus Ihrem Ressort ein positiver UVB-Bescheid erstellt, den Sie ein bisschen zähneknirschend sozusagen rausgerückt haben. Jetzt ist die Sache neu verhandelt worden. Ein Urteil wird es schriftlich geben, wahrscheinlich im Herbst. Hoffen Sie jetzt, dass der positive UVB-Bescheid aus Ihrem Ressort hält oder wünschen Sie sich eigentlich, dass der gekippt wird? Also die Antwort ist genauso schwierig wie schon zum Zeitpunkt der Bescheiderstellung. Ich habe von Anfang an mich deklariert, dass ich diese Leitung für einen großen Eingriff und für eine Beeinträchtigung der Landschaft halte. Trotzdem muss man auch berücksichtigen, dass wir wollen, dass eine solche Leitung möglichst von Siedlungsgebieten, von Menschen wegkommt und sie nicht beeinträchtigt. Schon dieser Spagat war fast nicht möglich. Der Bescheid war nicht so, wie wir uns gewünschen hätten mit Verkabelungsabschnitten. Das konnte aber nicht vorgeschrieben werden. Also auch da, da war ich sozusagen an ein korrektes Verfahren gebunden. Dem musste ich mich beugen, dem fühle ich mich auch verpflichtet. Ein korrektes Verfahren ist mir sehr wichtig. Ich habe im Zuge des Berufungsverfahrens sehr genau beobachtet, ob neue Tatsachen kommen, ob zum Thema Verkabelung sich ein neues Fenster auftut, das noch einmal zum Gegenstand zu machen. Das sieht derzeit nicht unbedingt so aus. Ich habe mir auch berichten lassen über den Verlauf der Berufungsverhandlung. Dort wurde von der Richterin allerdings auch festgestellt, dass der Bescheid der ersten Instanz sehr sorgfältig, sehr umfassend und quasi wie eine wissenschaftliche Arbeit erstellt wurde. Also das zeigt doch auch, dass die Behörde erster Instanz sehr sorgfältig und sehr in der Sache ist, auch korrekt gearbeitet hat. Wenn es eine andere Lösung gibt, die uns diese große Freileitung erspart und auf neue Technologien umsteigt, wäre das sicher einen Versuch wert. Trotzdem befinden wir uns jetzt in einem Verfahren und wünschen tut man sich, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, das für alle quasi das Optimum ist. Und das ist bei so einem Projekt wahrscheinlich kaum möglich. Wenn Sie schon sagen, das ist Ihr Wunsch und der wird wahrscheinlich nicht möglich sein, was wäre denn Ihr zweitliebster Wunsch? Eine Bereitschaft der Projektwerberin APG über manche Trassenabschnitte, auch nach einem Abschluss noch einmal nachzudenken. Also es gibt einfach ein paar Knackpunkte, wo sich vielleicht aus anderen Gründen noch einmal eine technische Möglichkeit auftut. Das freiwillig zu machen? Das allenfalls freiwillig zu machen. Das wird abzuwarten sein, wie dann am Ende des Verfahrens der Bescheid und auch was sich inzwischen tut. Wir sehen in Deutschland versucht man ja jetzt mit Verkabelung an das Thema anders heranzugehen, sammelt auch dort Erfahrungen. Auch für eine Kabeltrasse braucht man die Zustimmung der Grundeigentümer. Auch das ist nicht ganz trivial. Also auch hier sieht man, dass so große Projekte grundsätzlich natürlich ein Eingriff sind, der nicht nur auf Zustimmung stößt. Das muss man auch akzeptieren. Bei dieser Entscheidung, die jetzt ansteht, geht es eigentlich nur um einen positiven oder negativen UVB-Bescheid. Und wenn Sie es sich als Astrid Rössler wünschen könnten, was würden Sie sich wünschen? Einen positiven oder einen negativen Bescheid? Also ein negativer Bescheid hätte die Möglichkeit, dass wir noch einmal von vorne anfangen. Also in der Sache wäre ein negativer Bescheid die Chance, dem Land diese Freileitung zu ersparen. Und gleichzeitig würde das bedeuten, dass in erster Instanz nicht gut entschieden worden ist? Das muss es nicht sein. Es sind neue Tatsachen insofern aufgetaucht, als die Zuständigkeitsfrage noch einmal aufgeworfen worden ist. Und allenfalls auch in der Interessensabwägung ein Faktor anders bewertet wird. Also ich denke mir, die erstinstanzliche Behörde hat zum Zeitpunkt der Entscheidung nach bestem Wissen gehandelt und hat sorgfältig gearbeitet. Das ist ein sehr umfassendes UVB-Verfahren. Aus der Sicht, jetzt drei Jahre später, wird man sehen, ob Dinge anders zu bewerten sind, ob neue Fakten dazugekommen sind. Das wird man abwarten müssen. Kommen wir zurück zur Landesregierung und zum bevorstehenden Landtagswahlkampf, zur Landtagswahl. Wie zufrieden sind Sie selber mit der Performance der Grünen in der Landesregierung? Also nicht nur aus PR-Gründen, sondern aus tiefster innerer Überzeugung sehr, sehr zufrieden, weil im Grunde das Arbeitsprogramm gemeinsam in allergrößten Teilen umgesetzt werden konnte, weil es in einem, glaube ich, wahrnehmbar guten Arbeitsstil möglich war, weil wir in allen Ressorts gute Projekte, wichtige Projekte für das Land umgesetzt haben. Im Bereich der Jugendwohlfahrt, was Kinderbetreuung betrifft. In meinen Ressorts, die Raumordnung ist ein großes Projekt. Es wird in der Abfallwirtschaft noch eine ganz wichtige Novelle geben, die derzeit schon in Begutachtung ist, im Naturschutz. Also Salzachauen, der erste große Abschnitt gekauft. Also es sind maßgebliche, große Projekte umgesetzt, auf den Weg gebracht worden. Dass manches nicht umgesetzt worden ist oder auch nicht mehr umgesetzt wird, wie zum Beispiel die Förderung von Gemeinwohlökonomie oder die Einrichtung eines Nachhaltigkeitsbeirates, das nehmen Sie als Wermutstropfen mit in Kauf. Dass nicht alles umgesetzt wird, also ich glaube, dass zu dem Zeitpunkt, wo man für ein Arbeitsübereinkommen schreibt und alles hineinpackt, was einem einfällt, was einem wichtig ist, ich glaube, zu dem Zeitpunkt müssen alle realistischerweise davon ausgehen, dass man nicht 110 Prozent umsetzen kann. Es sind, vielleicht wäre auch mal der Blick, was haben wir umgesetzt, das auch nicht im Regierungsübereinkommen gestanden ist. Auch solche Dinge wird es sicher geben. Der Nachhaltigkeitsbeirat war mir wichtig zu dem Zeitpunkt, wo wir das geschrieben haben und hat sich dann aus meiner Perspektive deshalb als nicht so dringend herausgestellt, weil so viele andere Gremien in der Zusammensetzung, wie es mir vorgeschwebt ist, ohnehin diese Themen diskutieren. Wir haben im Masterplan 2050 einen regelmäßigen, intensiven Austausch zu dem Thema Zukunft der Energiewende, Umsetzung, Klimaschutzziele und so. Das heißt, Sie sagen, wir brauchen ihn nicht, weil die Arbeit, die der leisten sollte, wird ohnehin von anderen gemacht? Wird in anderen Gremien oder in anderer Konstellation abgefragt. Beiratsarbeit, zum Beispiel der Naturschutzbeirat, hat in der Realität zwar eine wichtige Informationsfunktion, aber nicht so sehr die starke gestaltende Funktion. Also ich bin davon abgerückt, dass ich ihm diese Priorität einräume, die ich ursprünglich für erforderlich gehalten habe. Bleiben wir noch bei der Regierungsarbeit. Was wäre denn heute nicht so, wie es jetzt ist, wären die Grünen nicht in der Regierung gewesen? Also mit Sicherheit hätten wir nicht diese intensive und wertvolle Debatte um die Raumordnung und auch die Entscheidungen, die auf dem Weg dorthin getroffen worden sind. Obwohl die ÖVP ja betont, dass das ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Projekt war. Aber in den Jahren davor, also in den letzten 20 Jahren, sind diese wichtigen Fragen nicht entschieden oder anders geregelt worden. Also die große Novelle war schon einfach natürlich ein gemeinsames Projekt, das aber auch mit viel Energie, das war mein Projekt, an dem ich auch sehr intensiv gearbeitet habe und nicht locker gelassen habe. Es hat unterschiedliche Phasen gegeben, auch wird das noch was oder kann diese Raumordnung überhaupt gegen den Widerstand der Gemeinden, der Bürgermeister kann das gelingen. Und es ist gelungen, es ist auch gelungen, dass die Gemeinden mit im Boot sind, dass die Gemeinden in den Jahren, diese drei Jahre war ja Verhandlungs- und auch Verständnisphase, aufeinander zuzugehen, zuzuhören, was brauchen die Gemeinden. Die Sorge der Gemeinden war ja immer, man kann nicht mit einem ROG alle Gemeinden über einen Leisten scheren. Und ich glaube, das ist mir schon gelungen, auch in den vielen Gesprächen und auch im Zuhören, den Gemeinden zu vermitteln. Es ist mir ein Anliegen, dass es den Regionen, den Gemeinden gut geht, dass ihr die Instrumente in die Hand bekommt, gute Raumordnung zu machen, dass die Raumordnung aber auch auf Gemeindeebene gut angesiedelt ist. Dort soll eine Gemeinschaft über die Gestaltung der Gemeinde entscheiden, soll sich die Zeit nehmen in einem räumlichen Entwicklungskonzept, soll über Flächenwidmungen, über sparsamen Umgang mit Grund und Boden sich Gedanken machen. Frau Dr. Röster, nehmen wir drei Beispiele, zum Beispiel die Infrastrukturabgabe, dann die Befristung von Bauland auf zehn Jahre und die Siedlungsschwerpunkte. Hätte es das gegeben ohne Sie, ohne die Grünen? Ich würde mal sagen, das wäre schwierig geworden. Das sind sicher drei Themen, die schon eine konsequente Raumordnung im Fokus haben. Und das war halt die letzten Jahre, da gab es halt nicht den Konsens. Sie wollen nach der Landtagswahl wieder in Regierungsverantwortung gehen. So wie es aussieht, werden mehr Parteien denn je sich um den Einzug in den Landtag bewerben. Welche Chancen rechnen Sie sich aus, dass Sie wieder so stimmenstark werden, um ein ernstzunehmender Partner in einer Koalition sein zu können? Ich rechne mir gute Chancen aus. Ich hoffe, dass die gute Arbeit und auch die Fortsetzung dieser Arbeit gewünscht und sozusagen auch belohnt wird. Auch die Konstellation, auch der Regierungsstil. Es ist nicht egal, ob man in den Zeitungen täglich liest, dass gestritten wird oder was nicht zustande kommt. Mein Eindruck ist schon, dass die Salzburger Bevölkerung das Schätzen gelernt hat, dass sie regelmäßig über bestimmte Projekte und erfolgreiche Umsetzungen informiert wird, aber nicht über Zwist und was alles nicht geht. Ich denke mal, dass es ein professioneller Umgang ist, dass wir verantwortungsvoll auch miteinander mit unseren Entscheidungsräumen umgegangen sind. Und die Dinge, die jetzt auf den Weg gebracht worden sind, in der Raumordnung, auch in der Jugendarbeit, wir brauchen noch ein gutes Stück in der Kinderbetreuung, dass wir das fortsetzen können, dass wir sozusagen eine zweite Amtsperiode auf diesem Weg weitergehen können. Wenn Sie sich rückblickend erinnern an die Koalitionsbildung und an die Auswahl der Koalitionspartner, es war bei den Grünen anfangs ein bisschen umstritten, soll man eine Koalition mit dem Team Stronach eingehen oder nicht? Rückblickend betrachtet, war das eine kluge Entscheidung? Würden Sie das wieder so machen? Die damalige Entscheidung war, wie Sie richtig sagen, etwas abgewogen und es wurde diskutiert, weil das Team Stronach von seinem Programm, da haben wir schon einige Bruchlinien gesehen, das hat sich aber in der Folge ja auch als berechtigte Bedenken herausgestellt. Also die Koalition war immer von Anfang an auf die Person Hans Mayer ausgerichtet und er hat sich als verlässlicher Partner in dieser Regierung bewährt. Er hat eine wichtige Rolle, zwei sehr wichtige und auch schwierige Ressorts übernommen. Also er hat nicht nur sich viel Arbeit aufgebürdet und auch eine ganze Reihe von Problemen, für die er auch hergestanden ist, aber er hat auch in der Gesamtkonstellation unserer Regierung einen ausgleichenden und sehr konstruktiven Part eingenommen. Und gibt es politische Mitbewerber, mit denen Sie keine Koalition eingehen möchten? Ich glaube, dass es kein Geheimnis ist, dass Grüne und Freiheitliche keine Schnittmenge kennen und wir uns da schwerden. Vor uns liegt eine Nationalratswahl, eine Bürgermeisterwahl und dann kommt die Landtagswahl. Wie schwierig ist es, in einer solchen Phase noch gute Politik zu machen? Auf Salzburger Ebene sehe ich, dass es natürlich Unterstützung geben wird, sowohl für den Nationalratswahlkampf, aber es beeinträchtigt nicht die bestehende konstante Regierungsarbeit, die hier gemacht wird. Und die Themen und die Inhalte sind auch auf Bundesebene aus meiner Sicht verwandt. Da unterstütze ich so gut ich kann, jetzt auch im Nationalratswahlkampf unser Team. Und wir planen gerade gemeinsame Termine, wir planen auch Abstimmungen mit den anderen Ländern, mit Ländernspitzen, dort wo grüne Regierungsbeteiligung sind. Da verbinden uns viele Themen und die werden wir auch versuchen gut zu präsentieren. Gut, Dankeschön. Ich danke Ihnen für das Sommergespräch hier auf der Stadt Alm. Ihnen ein Danke fürs Zuschauen. Ich darf mich nun an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Wir haben damit das letzte unserer drei Sommergespräche erreicht, fertig gemacht sozusagen. Wir sehen uns dann hier wieder im Herbst mit einer regulären Ausgabe von Bezirksblättern nachgefragt. Miele Center Schossa in Zell am See. Ihr Miele-Partner im Salzburger Land. Mit Küchenstudio, Miele Haus- und Einbaugeräten, professionellem Kundendienst sowie Reparaturwerkstatt für alle Hausgerätemarken. Mit Küchenstudio, Miele Haus- und Einbekäuungen, mitinnen und Kapu- und Einbaugerung. Das ist heute aus IEEE-Midet zum zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Augenoptik Schauer. Ihr Sehzentrum in der Halleiner Altstadt. Willkommen zur Augustausgabe von Gesund in Salzburg. Besonders farbenfroh unser erster Beitrag. Leuchtendes Rot, sanftes Lilla, sattes Dunkelviolett. So farbenprächtig präsentieren sich zurzeit die Bauerngärten in unserem schönen Land. Ein besonders malerisches Fleckerl ist in der Geissau auf über 800 Meter zu finden. Unsere Apothekerin Helga Eichinger führt Sie heute auf den Wallmannhof, wo sie sich mit Bäuerin Christine Schneidmann ausgiebig über heimische Heilkräuter unterhalten hat. Hören wir den beiden beim Frachsimpeln zu. Sehr herzlich willkommen zu unserem Kräutertipp im August. Wir sind heute in der Geissau auf gut 800 Meter Höhe bei herrlichem Sommerwetter auf dem Wallmannhof bei der Familie Schneidmann. Na ja, und da kommt ja auch schon die Herrin des Hauses. Servus, grüß dich Helga. Grüß dich. Ich zeige dir gleich mal uns im Dreitergarten. Ja, dann schauen wir. Kim. Grüß dich. Ja, jetzt sitzen wir da ganz fein unter dem Mispelbaum im Schatten. Christine, wie bist du zu dem Ganzen gekommen? Ja, ich habe eine TH-Praktika-Ausbildung gemacht. Und dann habe ich mich entschlossen, dass ich mir einen Greitergarten anlege, weil Platz haben wir genug am Hof. Jetzt hast du gesagt TH. TH, ja genau. Vielleicht kannst du uns das noch ein bisschen erklären? TH ist die Abkürzung für Traditionell Europäische Heilkunde. Aha, ja. Und da geht es eben darum, dass man einfach das wieder weitergibt, was Tradition immer schon war. Und das Traditionelle, eben zum Beispiel wie Pechsalm machen geht oder eben auch die traditionell bei uns gewachsenen Kräuter, die eigentlich immer schon auf die Bauernhöfe waren oder jeder eigentlich früher im Garten gehabt hat. Das alte europäische Heilwissen einfach wieder weitergeben und wiederbeleben. Genau, um das geht es da. So, jetzt sind wir ein bisschen abgekühlt und jetzt schauen wir uns im Garten um, was wir da so alles finden. Ich habe ja da schon einige Schätze gesehen. Sehr gut. Schauen wir mal. Du hast ja da oben eine ganz prächtige Stockrose. Ja, genau. Und zwar ist die schwarze. Da gibt es mehrere Farben von denen. Und die Stockrose ist jetzt momentan gerade in voller Blütenfracht. Wunderschön, wunderschön. Die kommt jetzt so zu der Blütenrei. Die Bienen freuen sich auch. Du, wie kann man die jetzt so verwenden, die Stockrose? Ja, also ich tue die Stockrose, so wie sie jetzt ist, frisch verwenden. Aber man kann sie genauso gut trocknen. Und wenn man den unteren Teil da kaut und länger, dann merkt man, wenn man so einen kratzigen Hals hat, auch im Sommer oder so, geht das total gut. Die Schleimstoffe sind ja besonders gut bei Heiserkeit oder überhaupt, sie schützen unsere Schleimhäute überall, wo es ist. Ob das jetzt Mund oder innere Organe ist. Das ist wirklich ganz toll. Schleimstoffe, da haben wir ja auch schon den Ibisch da drüben, den habe ich ja gesehen. Der ist ja wirklich ganz, ganz toll. Genau, der ist jetzt wirklich auch in Hochblüte. In Hochblüte, genau. Und die Bienen freuen sich. Der Ibisch ist ja eine sehr bekannte Heilpflanze, wird ja auch schon sehr lang angewendet und sind eben die Schleimstoffe genauso wichtig. Ja, genau. Die meisten Schleimstoffe sind in der Wurzel. Ich würde halt sagen, wenn jemand das möchte, soll er sich die Wurzel in der Apotheke kaufen. Aber wie tust du den Ibisch ernten? Ich ernte den Ibisch schon so, wenn ich die Wurzel brauche, dann mache ich das ganz spät im Herbst, wo das Ganze schon alles abgeblüht ist und abgetorben ist. Also wirklich Ende Oktober, manchmal auch Anfang November erst. Und da grabe ich die Wurzel aus. Und da muss man, das ist sehr viel Arbeit, darum ist es wirklich oft nicht schlecht, weil man sagt, man kann in die Apotheke gehen und kann sich das besorgen. Weil das ist wirklich ganz viel Arbeit, dass man das ganz sauber putzt, die hat eine lauter feine Wurzel und die schneidet man dann ganz fein zusammen und dann hat man halt das, das tut man dann trocknen und dann kann man das auch für einen Tee nehmen. Die Monarde, das ist ja Goldmelisse, Goldmelisse, nennt man sie auch noch. Und Indianernessel heißt es ja auch. Ja genau, also sie hat eigentlich mehrere Namen, so volkstümlich gibt es oft ganz viele verschiedene. Ich habe gelesen, sie wird auch bei Hauterkrankungen verwendet oder auch bei Wechseljahrbeschwerden. Also die hat wirklich eine ganz vielseitige Wirkung und ich meine, ich glaube, dass sowieso die ganzen Kreuter mehr oder weniger wirklich viel mehr können, als wie oft so von uns beschrieben wird. Also da geht man oft so auf einen bestimmten hin, aber dabei ist es wirklich generell so, dass man die für ziemlich alles oft zu hernehmen kann. Ja, da sind wir eigentlich schon wieder am Ende unseres Kräutertipps angelangt. Wir haben es sehr fein halt gehabt, ein bisschen heiß schon. Und ich möchte mich bei der Christine Schneidmann sehr herzlich bedanken, dass wir da heute dein Reich haben anschauen dürfen. Du machst ja noch andere Sachen, du machst ja Salben und so und ich glaube, wir werden sicher da noch einmal herkommen, um uns das auch noch genauer anzuschauen. Für heute sage ich jedenfalls sehr herzlich Dankeschön und ich, ja, alles Gute. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal dann. Ja, würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei kommen. Jetzt gehen wir auf euch aus. Ich glaube, es war ein bisschen ein Kühler in der Jauze. Vor 200 Jahren begann der weltweite Siegeszug der Homöopathie. Entwickelt wurde sie Anfang des 19. Jahrhunderts vom deutschen Arzt Samuel Hannemann. Seither bewährt sich Homöopathie als alternative Heilmethode. In der Stadtapotheke Hallein stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig homöopathische Mittel her. Die alternative und sanfte Heilmethode liegt im Trend. Eingenommen als Globuli oder in flüssiger Form geht es darum, die körpereigenen Abwehrkräfte zu aktivieren. Der Mensch wird als Ganzes betrachtet und nicht die einzelnen Symptome der Krankheit. Ein Prinzip der Homöopathie ist, Gleiches mit Gleichem zu behandeln. Als Beispiel die Küchenzwiebel. Es kennt jeder Schneiden in der Küche. Es fängt die Nase zum Rinnen an. Es fangen die Augen zum Tränen an. Es ist scharf in der Nase. Klar rinnt es heraus. Und wenn ich ins Freie gehe, wird es besser. Und genau für diese Symptome verwende ich dann die Küchenzwiebel, also alle um Zepa, für Schnupfen. Die zweite wichtige Säule ist die Arzneimittelprüfung am gesunden Menschen. So wird herausgefunden, wie die Mittel auf den Menschen wirken. Mittlerweile gibt es in der Homöopathie mehr als 5000 einzelne Substanzen. Diese Einzelmittel sind allerdings jetzt nicht nur Pflanzen. Zwar Großteils Pflanzen, aber es gibt auch homöopathische Mittel aus Tieren. Man kennt auch zum Beispiel das Bienengift, Apis, bei Schwellungen, bei Stichen, bei geschwollenen Entzündungen. Oder auch Schlangengifte werden verwendet. Lachesis ist ein tolles Mittel. Oder auch giftige Giftstoffe, Belladonna, Tollkirsche, Eisenhut, Akonit. Aber auch Mineralstoffe werden verwendet, Gold, Aurum. Stark verdünnt können sogar giftige Substanzen wie Arsen verarbeitet werden. Wenn der Arzt oder Homöopath ein ganz spezielles Mittel auf Rezept verschreibt, können auch Apotheker Ursubstanzen herstellen. Wir sprechen dann von Nosoden, also krankes Material. Also man kann auch irgendwo einen Abszess oder irgendwo verschiedene organische Materialien verarbeiten. Und durchaus wird das sogar verordnet. Darum haben wir eben auch dann auf Verordnung diese Anfertigungen gemacht. Die dritte Säule ist die Verdünnung der Ursubstanz. Das homöopathische Mittel wird in 1 zu 10er oder 1 zu 100er Schritten verdünnt. Je chronischer die Erkrankung, desto höher die Potenz. Bei akuten Fällen wird die Ursubstanz weniger verdünnt. Es wird immer ein Teil mit neun Teilen, zum Beispiel der Terei, verdünnt und dann verschüttelt. Das ist eben ganz wichtig, das nennen wir ein Potenzieren. Es wird zu jedem verdünnen, gibt es das Verschütteln. Hier wird die Information des Mittels auch weitertransportiert, weil man kann sich vorstellen, dass ab C12 oder so ist ja kein Molekül von der Ausgangssubstanz mehr in diesen Lösungen drinnen. Und durch das Verschütteln, Dynamisieren, gibt man die Information in den Potenzen weiter. Auch die Dosierung hängt vom Patienten ab. Je nachdem, wie hoch das Mittel potenziert ist, soll es öfters oder weniger oft eingenommen werden. Die Mittel wirken über die Mundschleimhäute. Da ist natürlich dann wichtig, man sollte zumindest 15 bis 20 Minuten vorher und nachher nichts essen. Das kann die Aufnahme stören. Vor allem scharfe Stoffe oder ätherische Öle wie Menthol, also ein Mentholzuckerl oder ein Kaugummi. Und auch eine mentholhältige Zahnpaste können hier schon die Wirkung stören. Auch rauchen, das sind so die wichtigsten Regeln. Homöopathie zählt in Österreich zu den anerkannten Heilverfahren. Zahlreiche homöopathische Mitteln sind beim Ministerium als Arzneimittel registriert. Obwohl sie oft vom Arzt verschrieben werden, muss der Patient sie aus dem eigenen Geldbörserl bezahlen. Man kann auch bei Tieren sehr gute Effekte sehen, die ja nicht wirklich wissen, um was es geht. Auch bei Säuglingen, sogar bei Bewusstlosen. Da kann man jetzt dann nicht wirklich von einer Glaubensfrage sprechen. Homöopathie hat sich in den vergangenen 200 Jahren derart schnell auf der ganzen Welt verbreitet, wie kaum eine andere alternative Heilmethode. Auch in der Vergangenheit hatte die Homöopathie bereits bekannte Anhänger. Goethe hat sich homöopathisch behandeln lassen, Beethoven, auch namhafte Größen sind auch homöopathisch schon behandelt worden. Also die Homöopathie hat Geschichte und auch Konstanz. Für die Globuli wird die fertig verdünnte Substanz auf kleine Kügelchen geträufelt und anschließend gut vermengt. Sobald sie getrocknet sind, werden sie abgefüllt und können vom Patienten abgeholt werden. In dieser Ausgabe zeigen Ihnen unsere Fitness-Expertin Karin Gruber mit Obfrau Petra Nocker-Schwarzenbacher wieder einfache gymnastische Übungen zum Mitmachen. Grüß Gott, liebe Zuseher auf RTS. Heute wollen wir uns beschäftigen mit Mobilisieren und Dehnen. Die Halswirbelsäule, der obere Bereich. Ich sitze Stunden am PC, am Computer. Ich bin im Service, ich bin in der Küche, ich bin im Büro. Es ist also sehr vielfältig das Ganze und ich habe da oben Verspannungen. Nichts leichter als wie in der Halswirbelsäule. Ich glaube, da rede ich für sehr, sehr viele. Und da gibt es eine ganz, ganz gute Übung, dass man die Halswirbeln wieder mobil macht, dass die Gelenksflüssigkeit wieder zum Schmieren anfangen und der Knorpel nicht treibt. Die Petra und ich wollen Ihnen jetzt zeigen und zwar, wir haben den Blick nach vorne gerichtet, die Räume lassen wir ganz locker hängen und nun nicken wir mit dem Kopf nach hinten und nach vorne. Ganz dynamisch, nicht reißen, ohne jeglichen Kraftaufwand, ganz locker. Das machen wir sechsmal nach hinten und sechsmal nach vorne. Dann machen wir eine Seiteneigübung, denn dazu ist auch die Halswirbelsäule geeignet. Seitlich links fünfmal, rechts fünfmal. Man spürt schon hinten da, oft weil es so ganz leicht einmal kracht und das so leicht ein bisschen so. Man merkt, also die Knorpeln, sie verbinden sich wieder untereinander, weil die Gelenksflüssigkeit ja das wieder zum Glück durch das Mobilisieren ermöglicht. Und nun drehen wir noch den Kopf zur linken Seite, zur rechten Seite. Und bitte bei dieser Übung, und das ist ganz wichtig, nicht verwechseln mit Kreisen, nicht Kopfkreisen. Die Halswirbelsäule ist kein Kugelgelenk. Die ist dazu da zum Nicken, zum Seiteneigen und zum Drehen, aber nicht zum Kreisen. Und so haben wir mal den Fluss in dieser Extremität einmal wieder ins Fließen gebracht. Und nun ist es so, dass sehr viele Berufe oder auch in der Freizeit, man ist extrem viel auf die Füße. Man legt Kilometer zurück und tut eigentlich dann nicht wirklich was wieder für die Beine, damit man die auch wieder dementsprechend entlastet und geschmeidig macht. Die Muskeln, die Sehnen, das muss man sich vorstellen wie ein Expander. Das gehört immer wieder gedehnt. Am Anfang tut es weh, richtig weh, also man hat Schmerzen. Und so weit sollte man reingehen. Man sollte das ganz sukzessive steigern, dass es einfach besser wird und dass man den immer mehr und geschmeidiger ins Dehnen bringt. Und dann wird es auch länger und dann spürt man nicht mehr so viel, hat keinen dysponosartigen Zug im Körper und fühlt sich wieder wesentlich besser. Und da gibt es eine ganz gute Übung auf einer weichen Unterlage. Wir gehen nochmal, genau, dann ist es halt einfach gemütlicher. Wir legen uns auf den Rücken, ein Bein strecken wir aus und eines strecken wir Richtung Zimmerdecke. Und nun mit den Händen greifen wir in der Kniekelle und ziehen jetzt das Bein so weit wie möglich. Ja, schön in der Streckung. Und es sollte nicht weh sein. Man sollte rein, einen Dehnungsschmerz darf man spüren, aber der sollte noch angenehm sein, unter Anführungszeichen. Nicht reißen. Ganz dynamisch, wir bleiben dann in dieser Position. Ist wieder eine passiv-statische Dehnungsübung. Wir bleiben so fünf bis acht Sekunden, machen dann einen Beinwechsel. Das gleiche auf der linken Seite in dem Fall. Ziehen wieder ganz locker Richtung Oberkörper. Atmen dabei ganz ruhig und genießen die Entspannung und die Lockerheit, was sich dadurch in den Gelenken und Muskeln ergibt. Das Ganze machen wir wieder zwei Serien durch. Das reicht dann. Und man spürt dann schon, man ist geschmeidiger und es ist ein Wohlbefinden. Es ist wirklich angenehm und gut. Liebe Zuseher, das war heute der letzte Beitrag vom Programm NKT. Mobilisieren, kräftigen und dehnen. Ich hoffe, es war auch für Sie was dabei. Sie haben vielleicht die eine oder andere Übung sogar schon einmal ausprobiert. Vielleicht des Öfteren schon, weil sie gespürt haben, es tut einem gut. Es ist einfach ein Fitnessprogramm, ein kurzes Ausgleichsprogramm für jedermann, jederzeit und überall. Und speziell eben in den Berufen, im Alltag, in der Wirtschaft. Man kann das integrieren für zwei, drei Minuten. Ich glaube, jeder Arbeitgeber hat da sicher Verständnis. Und der Mitarbeiter sagt, ich möchte einmal ganz kurz mehr runterkommen. Ich möchte Übung machen, weil die Leistung, die stimmt dann in weiterer Folge ja wieder. Und ich möchte mich dann einmal ganz, ganz herzlich bei der Obfrau der Wirtschaftskammer Österreich, der Frau Nocker-Schwarzenbacher, ganz herzlich bedanken für das Dabeisein, für ihr Engagement und die Vorbildwirkung für eben diese Sparte und in diesem Bereich. Herzlichen Dank und ich wünsche allen viel Spaß dabei beim Nachmachen. Und alles Gute bis auf ein weiteres. Ihre Petra Nocker-Schwarzenbacher und die Karin Gruber. Und schon sind wir wieder am Ende dieser Ausgabe. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gesund in Salzburg. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Augenoptik Schauer. Ihr Sehzentrum in der Halleiner Altstadt. www.augenoptikschauer.at